Wir müssen wissen, was da auf uns zukommt. Wir haben keine Angst, warum sollen wir vor jemandem Angst haben? Wir können auch Fußball spielen. Aber in puncto Aggressivität, Zweikampfverhalten und dieses Draufgehen, dieses ständige Draufgehen und kein Meter ist mir zu viel, da gehört Mainz zu der drei, vier besten Mannschaft in der Bundesliga. Und ich habe es jetzt gerade zufällig gesehen, dass sie ja, seit der Boos Wenson da ist, die vierte beste Mannschaft in Deutschland sind. Punktemäßig, aber nicht nur punktemäßig, vom anderen auch. Und dann ein ganz extrem schnelles Umschaltspiel, eben diese Draufgehen und dann sofort in die Spitze spielen. Das ist eine tolle Aufgabe für uns, weil wir werden am Samstag sehen, ob wir in der Lage sind, wenn wir nach vorne spielen, sofort Restverteidigung, sofort wach zu sein, gegen den Ball anzulaufen, dass es brennt in der Lunge, sage ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben. Das, was die Mainzer alles machen. Wenn wir das nicht machen und da auf Augenhöhe sind am Samstag, dann werden sie uns erdrücken. Und da hoffe ich sehr drauf, ich freue mich, ich bin extrem gespannt, wie unsere Jungs sich dieser Aufgabe stellen, weil es ist eine spezielle Aufgabe, es ist ein spezieller Fußball, was da passiert. Es ist ein bisschen Union Berlin, auch, es sind auch Teile von Union Berlin dabei und nicht so wenige, aber dann ist es doch wieder anders von der Art, aber es wird sehr, sehr viel Energie auf dem Platz sein. Und ich hoffe sehr, dass wir auch diese Energie haben und auch dieser Mut, uns da dagegen zu stellen. Du musst da Mut haben, du musst da auch körperlich dich dagegen stemmen, sonst wirst du überrannt. Ich hoffe sehr, 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 sehr. Du musst duch mal genau kennenlernen, sonst wirst du überran 동 своего auf dem Weg schwarzen.